Ahoi und hallo! Wir sind hier bei The Masterplan. Wir sind eine Gruppe von Gangstern und müssen in einem rundenbasierten Spiel versuchen, Gebäude auszurauben, während der anderen Zeit die Polizei zu uns kommt. Wie das ist, schauen wir mal, ist eine Early Access Version und ich denke mal, komplett durch, also nehmen das hier am Stück auf und ihr kriegt es dann als paar Parts. Wir schauen mal, wie lange es dauert. So. Slow-mo. Was kann ich jetzt machen? Lauf dorthin. Okay, so. Rechtsklick. Wartklick. So. Yo, move. Geh da mal dahin. Kannst du das aufmachen? Ah, okay. So, jetzt nimmst du die Pistole, die Munition und gehst hier rein. Gehst hier rein, Brian. Sieht ziemlich lustig aus irgendwie. Also, irgendwie hat es was, finde ich. So. Kann ich das irgendwie... Ah, ich kann gleich mal Aho markieren. Wo ist das jetzt? Ne. Doch, das macht beide, ja. Rightklick. Ah, auf The Character for Inventory. So. Equip the pistol. Equip deine Faust. Und jetzt. Du krasse Akunde machst hier mal Mili. Mili. Okay. Ba, ba, ba. Sehr nix. Sehr nix. Also, okay. Der mit der Waffe. So, schießt das da. Du bist blöd. Jetzt mal deinen eigenen Kumpel in den Rücken. Cash aufgenommen. So. Sieht cool aus. Irgendwie hat es was. So. Can help up characters. Okay. Wir gehen jetzt mal hier hin. Muss ich den hauen? Kann ich den hauen? Kann ich den hier was anderes? Äh. Okay. Hopen sie doch. Äh. Ah, okay. So. Jetzt. So. Den lassen wir mal da hin gehen. Jetzt. So. Jetzt. Zurück. Der lasst du es rein. Jetzt. Los. Raus. Oder. Reine die Tür. Reine das Auto. Alle weg. Alle weg. Ich sturm. Schnell. Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Los. Rein. Drive. Wow. Yeah. Geschafft. Äh. Ist doch nichts cooles Game. Einen Fall haben wir auch. Select. Ähm. Da stand einfach Rundenbasiert. Also, turn-based. Warum kann ich jetzt? Warum muss das jetzt so wie Echtzeit? Ähm. Ah, wir können aim. Interactive. Equip. Ja. Mach mal. So. Das ist anscheinend. In the Replace. Was? Kann ich jetzt hier irgendwas interagieren? Ne? Kann ich nicht. Ist ja immer. So. Use the car to enter map. Open. Open die Tür. Drive. Durchliegt das Kacke. Open die Tür. Drive. So. Oha. Oh. Oha. 12.000 Dollar Warehouse. Nein. Wir machen erstmal. Das. So. Mal schauen. Bin echt mal gespannt wie das ist. Also. Ich hoffe es ist cool. Also ich hoffe das bleibt auch so. Am Anfang ist ja noch nix. Denke ich mal. Also wir können ja ganz in Ruhe hier. Reingehen. So ein bisschen wie bei GTA. Diese Überfälle. Ne. Geht ja nicht. Payday. Payday. Ist das. Kann ich hier irgendwie die Tür zu machen? Nein. Und weg. So. Waffe ziehen. So. Du. Klausler. Los, 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 los. Go, go, go. Du. Öffnest diese Tür. Schön wird ein Ende auch. Out of ammo. Out of ammo. Out of ammo. Nein. Du blöder. Shoot ihn tot. Shoot ihn tot. Hau das Maul. Hau ihn ins Gesicht. Ist egal, los. Pick up buddy. Pick up key. Pick up Kohle. Oh Gott, es kommt gleich. Buddy hinlegen. Move. Munition. Waffe. Munition. Oh Gott, so runter, 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 runter. Und ins Auto und weg. Das Auto und weg. Das Auto und weg. Unser Buddy-Kumpel. Egal, wir hauen ab. Wow, wir haben 150 von 200 bekommen. Alter. Das ist ja krass. Scheint das ja alles voll zu scheinen? Alter, geil. Wir machen es nochmal. Das kriegen wir besser. Das kriegen wir viel, viel besser. So, jetzt gehen wir erstmal rein. Wenn du tippst, wie das geht, sagt es mir. Ich wäre zufrieden. Wow, slow-mo. Wie sind die Charakter? So, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Gehen erstmal hier vorne an die Kasse. Oh, ich stelle uns ein bisschen hin da. Oder den lassen wir mal hier runter gehen. Der geht, du gehst weiter hoch. Du schützt dich mal hier. Hier hin, habe ich gesagt. Ja, dorthin. Move. Hier machst du immer schon das ganze Geld. So. Dann müssen die irgendwie aufhalten, dass die... Änderung muss erstmal rausgehen, ja. Jetzt mal rausgehen, bitte. So, die Luchung sitzt in die Richtung. Waffe ziehen. So, reicht. Du schlaust erstmal die Kasse. Los, los, los. Nimmst die Pistole. Die Munition. Nimmst die Fall so. Du öffnest diese Tür. Dann gehst du wieder weg. Gehst du wieder in den Kreis. So. Und du setzt jetzt die ganze Kohle los. Rein, 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 rein. Hör die Kohle. Hier, ich bin jetzt eine... ruft. Was? Hör die? Was? Hör die? Ja. Hör die Schiffe. behindert wenn dich so ruckelt. So und jetzt rein 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 rein. Los. Drive. Woohoo. Yeah. Nice. Wir haben es geschafft. So. Dann machen wir den minimarkt. Click to unlock. Wow der hat eine Waffe. Der Besitzer hat eine Knolle. Cleo carries Key. Customer. Safe. Safe is in the Backroom. Oh Gott. Okay. Okay. So. Oh da ist eine Kamera. Da ist eine Kamera. Das ist gar nicht gut. Das gefällt mir überhaupt nicht. Du gehst da hin. Du gehst mal an dieses Regal. Und du gehst auch mal an diesen Automaten. Oh der ist halt schon voll. Der ist ganz schön voll. Das ist gar nicht gut. Ein Key wäre jetzt nicht schlecht. Ein Key wäre. Darum ist ein Key. So. Jetzt lassen wir die da alle stehen. Da liegt eine Shotgun und da liegt ein Lucky. So. Du machst. Du gehst jetzt dorthin. Dorthin. Und guckst in diese Richtung. Du nimmst diesen verdammten Key. Du nimmst die Schaltflinte. Du nimmst die Schaltflinte. Das Geld. Shoot. Egal. Key. Key name. Key. Sehr gut. Die ist das jetzt. Die ist die ist die. Komm. Mach auf das Ding. Mach auf das Ding. Sehr gut. Du gehst da hoch. Hast du auf gemacht. Okay. Dann gehst du jetzt hier runter. Nimmst deine Faust. Gehst dort rein. Jaja. Schon auf die Kamera. Die ist nicht so wild. Shotgun Ammo. Kannst du kein Geld mehr nehmen? Bist du. Wollte grad sagen. Jetzt gehst du hier hoch. Machst den Safe auf. Darum mit Money. Los. Beweg dich. Beweg dich. Beweg dich. Beweg dich. Mach den Safe auf. Mach den Safe auf. Den Safe auf. Zack. 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 So. Du öffnest das Auto. Mache. 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 Öffnet das Auto. So. Zur Tür. Hältst das noch offen? Ab zur Tür. Zur Tür. Zur Tür. 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 Das Auto. Und das Auto. Los. Und weg. Yeah. Gut. Wir haben einen getötet. Aber. Yeah. Wuhu. Ja. Leute. Ich würde sagen. Machen wir hier einen kleinen Schnitt. Im nächsten Pott geht weiter. Bitte. Heißt. Sehen wir noch. Drei Level. Oder zwei Level sind es noch. Und. Ja. Dann. Machen wir die anderen beiden Level auch noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.